Hallo aus Marseille. In diesem Video zeige ich die beiden vorgelagerten Inseln vor Frankreichs ältester Stadt, die Ile du Frioul. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Die Inselgruppe liegt etwa vier Kilometer westlich von Marseille im Mittelmeer. Sie besteht aus vier Inseln. Pomeg im Süden, Ratonau im Norden, Tiboulon im Westen und der Ile Diff im Osten. Sie ist bereits hier zu sehen. Berühmt ist die Ile Diff besonders wegen des Châteaux Diff, dessen Gefängnis im Roman Der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas eine zentrale Rolle spielt. Die Insel ist gerade mal 280 Meter lang und 80 Meter breit. Aber gerade im Sommer drängen sich hier die Touristen in die berühmte ehemalige Festung. Man kann von hier aus immer wieder beeindruckende Blicke zurück auf Marseille werfen. Allein hierzu lohnt sich der Besuch. Wie kam es zu dieser Festung? Der französische König Franz I. machte 1515 in Marseille Halt. Hierbei stellte er fest, dass die Stadt keinen Schutz gegen eine Invasion besaß und so befahl er den Bau einer Festung auf dieser vorgelagerten Insel, um die Hafeneinfahrt zu schützen. Ihr Ziel war es, den alten Hafen vor jedem Angriff zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass über den Seeweg immer eine Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln gewährleistet werden konnte. Tatsächlich kam es kurz nach der Fertigstellung zum Ernstfall, als Karl V. versuchte Marseille einzunehmen, seine Offensive scheiterte aber wegen der Festung. Im Lauf der Zeit wurde das Château Diff auch als Gefängnis genutzt. Das geschah aufgrund seiner geografischen Lage und der Architektur. Von hier erschien ein Ausbruch unmöglich. Es gab hier aber auch tierischen Besuch. Im Jahre 1516 machte das erste Nashorn, das Europa je gesehen hat, hier Station. Es war ein Geschenk des indischen Königreichs an Portugal, das das Nashorn direkt an den Papst weiter schenkte. Auf seinem Weg von Lissabon nach Rom machte es auch einen Zwischenstopp auf der Ildiv. Das bis dahin für Europäer unbekannte Tier wurde für einige Wochen zu einer echten Attraktion der Stadtbewohner. Anschließend ging es mit dem Schiff weiter nach Italien. Dort kam es aber nie an, denn das Schiff zerschellte nördlich von La Spezia in einem heftigen Sturm. Das Nashorn wurde tot an der Küste angespült und der Papst erhielt das Tier nur ausgestopft. Weiter geht es zu den beiden größten Inseln der Inselgruppe, Pomeg und Ratono. Sie sind beide jeweils rund zweieinhalb Kilometer lang. Pomeg verfügt über einen geschützten Hafen, in dem einige Segelboote und kleine Yachten vor Anker liegen. Es gibt Häuser, Hotels, Restaurants und einige kleine Straßenzüge auf der Insel. Das meiste Geschehen spielt sich aber hier rund um den Hafen ab. Die Insel ist durchzogen von kleinen Buchten und kleinsten Stränden, an denen man recht gut wind- und strömungsgeschützt ins kristallklare Wasser hineingehen kann. Die beiden Inseln wurden im 18. Jahrhundert während einer Pestepidemie als Quarantänestationen für Anreisende genutzt. Ankommende Schiffe und Gäste mussten erst einmal für 14 Tage hier auf der Insel bleiben und durften erst dann nach Marseille einreisen. 14 bedeutet auf Französisch Quarant. Hiervon hat das Wort Quarantäne seinen Wortursprung. Marseille blieb aber von der Pest nicht verschont, denn das Schiff und die Besatzung, die tatsächlich die Pest im Gepäck hatte, blieb nicht die volle Zeit hier auf der Insel. Beide Inseln sind durch einen Damm miteinander verbunden. Dieses Bauwerk wurde Anfang des 19. Jahrhunderts im Auftrag der französischen Regierung errichtet. Heute dient der Damm vor allem dem Hafen als ein sicheres Liegebecken für Schiffe. Über die felsige Insel führt ein sehr gut begehbarer, asphaltierter Weg. Es lohnt sich hier durch diese gefühlte Wildnis zu gehen. Der Wind der See peitscht einem teilweise ganz schön ins Gesicht und ist besonders an heißen Sommertagen eine willkommene Abkühlung. Aber Vorsicht, man vergisst so schnell die Gefahr eines Sonnenbrandes. Immer wieder werden Blicke in kleine Buchten und Seitentäler der Insel frei. Augen offen halten ist hier angesagt. Der Hafen gerät allmählich außer Sichtweite und man ist mit sich alleine unterwegs. Während auf der Ildiv sich täglich die Touristen die Klinke in die Hand geben, verlieren sich hier nur ganz wenige Personen hin. Ich habe es als eine große Freiheit empfunden, hier dem Ende der Insel entgegen zu gehen und nur das blaue Meer sowie den weißen Felsen um mich herum zu haben. Die Gedanken werden frei. Ist man am Leuchtturm am Ende von Ratonneau angekommen, dann bleibt nur noch, sich zurück umzudrehen und den Weg zurückzunehmen. Man sieht aus der Ferne den Hafen zurück nach Marseille, kann aber auch rechts die große Metropole hinter dem Chateau d'Yves sehen. Aus meiner Sicht ist dies ein echter Insider-Tipp für Marseille-Besucher, die länger als nur einen Tag hier bleiben. Ich komme gerne wieder auf diese Inseln zurück. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Frankreich interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.